Willkommen zurück zu The Chosen RPG, immer noch auf der Suche nach, ähm, ja. Oh, hier ist falsch. Hier ist falsch. Ah, Leute, ich weiß wohin. Wir müssen da hoch. Ne, nicht ganz da, oder? War das hier richtig? Nein, hier ist falsch. Hm, Mensch, wo war denn das? Weiter hoch. Ah, noch weiter hoch. Kann noch nie wahr sein, Alter. Nein, okay, noch weiter hoch. Ne, von hier an ist es links, links unten. Hopp, geh weg. Na, geh aufs Seite. Links. Ganz weit links, 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 links. Weiter links. Oh, wie nervig. Ne, hier ist es auch nicht. Oder? Nein. Ha, ha, ha. Ich fühle mich so ein bisschen leicht verarscht. Wow. Da ist es doch. Gottes Willen, ey. Das zu finden, das hat jetzt Zeit gekostet. Aber ich glaube, das ist... Das ist es. Okay, wir müssen langsam heilen, Alter. Uh, die darf nicht sterben. Aber die kann hier... Ne, kann sie nicht, okay? Das heißt, die greift normal an. Ach, nö. Und versuch nicht, sie zu töten, Mann. So, jetzt gibt's... Do all enemies, flame. Und du machst... Verteidigen. 1400, leck mich weg. 1400, das ist schon viel. Erstmal heilen, bitte. Wir wollen, der kommt... Oh, verdammt. Ah, okay. Ich muss jetzt... Item... Und dann erst mal Anti-Dote. Jetzt High-Prosion. Perfekt. Und speichern. Yeah. Was? Ach so. Wer ist hier? What? Oh, verdammt. Äh... Trinity, ein bisschen Hilfe? Trinity? Meister Trinity. Kniet nieder. Ah, nee. Stand down, Mann. Wer... Ah, komm runter. Die gehören zu mir. Jawohl, Meister. Oh. Du bist nicht wirklich... Königlich, oder? Nein, natürlich nicht. Aber ich bin die... Königliche Wache. Was? Sie gehört zur... Königlichen Wache? Ehrlich? Hey, hier ist ein Schatz. Hihi. Brigadinen... Irgendwas. So. Die haben nichts zu erzählen, okay. Der auch nicht. Tu. Nein, auch nicht. Die beiden. Okay. Stein, Schere, Papier spielen die. Falkchen wurde gefunden. Das ist eine Nacken-Waffe. Oh, nicht gut für ihn. Für dich, ne? Jawohl, jetzt machst du mehr Schaden. Jawohl. Oh, im Königreich sind wir angekommen. Ah, Meister, Trin. Äh, die Königin... Äh... Erwartet sie schon. Danke. Speichern. Das habe ich mittlerweile draus gelernt. Speichern wie blöder. Alles klar, hier ist ein Hahn. Hier ist eine Scheune. Ich gehe da mal rein. Abgeschlossen. Abgeschlossen. Oh. Ich muss mit allem quatschen und alles mitnehmen, was nur geht und nichts verpassen. Bleib stehen. Rede mit mir. Nein? Nein, okay. Keiner da. Okay. Mal schauen, was passiert, wenn ich hier den im Weg stehe. Nein, okay. Ich kann nicht mit dich reden. Ich habe gedacht, ich kann mich wirklich den im Weg stellen und mit den quatschen. Aber die wollen nicht, dann halt nicht. Und der scheint besoffen. Schön wieder besoffen. Ja, ist er. Oh mein Gott, das ist hier voll. Oh, meine Fresse. Äh, ihr geht's gut. Okay. Ich glaube, ich habe mich in ihn verliebt. Na, Kumpel. Ich glaube, du bist nicht alt genug zum Saufen, aber willst du was zu essen? Okay. Schön. Die tanzen alle. Geil. Raus hier, Kind. Würdest du dich mir anschließen? Ähm. Unterbrech mich nicht. Ja, alles klar. Okay, der pennt. Geil. Aber schön, dass hier was los ist. Was ist hier los? Die Königin erhöht schon wieder die Steuern. Die Steuern erhöhen, interessiert mich nicht. Ja, ich bin reich. Ja, ich bin reich. Oh, oh. Entschuldigung. Ich glaube, ich habe meinen Monocle fallen gelassen. Oh mein Gott. Wie viel Geld will die Königin noch von uns? Er redet so schnell, ich kann, ich kann ihm nicht folgen. Okay. Das bedeutet eigentlich, dieses Wegekreuz, kann ich das lesen? Ah, ein, okay. Das ist ein Turm für Tiere da. Kann ich hier raus? Nein. Alles klar, ja, ja, ja. Die Musik ist manchmal ein bisschen... Nervig. Ich habe mich verschluckt. Okay, mir geht's gut. Okay, jetzt sagt nichts, ach, dass du so ein Kind. Ich will sowas kaufen, wie natürlich. Ähm. So, jetzt will ich aber nicht mehr. Ja, die Preise sind so hoch wegen der Königin. Alles klar. Oh, Rüstungsladen. Und Fässer. So, gucken wir mal. Ne, komm, wir quatschen. Oh, was ist das? Heide-Symbol, Geflügel-Symbol, ich verstehe es nicht, wozu ist das? Ein Metallgürtel, mit dem Namen des Kriegsgottes graviert. Hmm. Ding geht gut. The Holy Spirit of the Wind well in this boots. Und, also, der heilige Geist des Windes lebt in diesen Schuhen. Schaut mal an, wie teuer hier, Elemental Cloak, alter. Oh, 12.000. Aber ich glaube, mit dem... Ich glaube, die machen uns schneller, komm, ich kaufe die einfach. Weh, mit dem kann ich nicht schneller laufen oder so ein Scheiß. Achso, erhöht Agilität. Äh, wir brauchen Agilität. Wofür? Ich glaube, du brauchst Agilität, oder? Ja, die braucht Agilität. Cool, okay. Ich habe viel Geld ausgegeben für nichts. Da ist eine alte Oma auf dem Feld. Ah, verschwinde von meinem... Gemüse. Sagt die alte. Oh, ein Häuschen, lass mal reingucken. Warum sind so viele Häuser abgeschlossen, sagt sie auch noch. Ja, weil der Entwickler keinen Bock hatte, in den Häusern was reinzutun. So schaut's aus. Auch abgeschlossen. Alles abgeschlossen ist doch verarscht, komm schon. Ah, ah. Ja, ja. Wir kommen in unserem Königreich. Ah, ah, alles abgeschlossen. Ja, ja. Geh weg. Vielleicht will das Kind mit uns reden. Boah. Nee, okay. Ah, der Schmied. Aha. Der Schmied hat geschlossen, weil da so wenig los ist. Was ist das hier? Trainingshalle. Hätte kämpfen? Willst du unser stärkstes Monster begegnen? Nein. Ich werde mal speichern. Jetzt sag mal her. Er hat mich zweimal gefragt, ob ich bereit bin. Ein Dämonen-Gott. Oh Gott, er macht mich so fertig, oder? Er macht mich fertig. Ich sehe es jetzt schon. Ich bin so tot. Ich bin so tot. Eis magst du nicht. Wow. Wow, das war ein guter Angriff, muss ich zugeben. Alter, die hat alles weggefetzt. Geh mir. Alleine. Okay, ich bin tot. Ich dachte, du bist dir sicher. Ach so, okay. Willkommen in der Trainingshalle. Ah, sucht es aus, gegen das du kämpfen möchtest. Ich möchte, ich möchte mal gegen die Mimik kämpfen. Oh, ich habe. Alle haben irgendwie nur einen HP. Okay, das habe ich nicht berücksichtigt. Kann sie vielleicht alle heilen oder so? Nein. Das ist scheiße. So, einer stirbt jetzt. 800 Damage. Bist du bekloppt? Nee, vergiss es. Ich lasse mich gerade hier linken, weil... Da brauche ich nicht gegen heilen. Bei 800 Schaden ist doch bekloppt. Lol. Ich habe gewonnen. Oh mein Gott, lol. Ich habe gewonnen. Ich habe gedacht, ich verliere jetzt. Ah, hier kann man noch weiter kämpfen. Alter. Heftig. Heftig. Ich darf jetzt erstmal in die Kneipe gehen und einmal rasten. Ich habe noch mal. Also nicht in die Kneipe, sondern ins kleine Hotel. 50. Das wird ja immer teurer. Merk mir an die Pfoten, du. Geht irgendwas rum? Ne? Okay. 50. Ich glaube, bei den Hacks, Alter. Erstmal links gucken, ob hier irgendwas gibt. Nein? Okay. Hätte ja sein können. So, jetzt gehen wir noch auf die rechte Seite. Aber diese Trainingshalle ist cool. Da kann man ja voll trainieren und dann wird man immer stärker. Und da kann man grinden. Finde ich gut. Dass es überhaupt so einen Ort gibt in dem Spiel, wo man unendlich leveln kann. Finde ich sehr gut. Aber Leute, ich werde das mit einem Schnitt machen. Sag danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal zu The Chosen. Macht's gut. Ciao.